Was erwartet uns beim Wetter morgen? Sonne satt von Friesland bis zu den Alpen oder vielleicht doch eher Schmudelwetter, vielleicht ein Gewitter? 18 oder 28 Grad? Um all diese Fragen tagtäglich so gut wie möglich beantworten zu können, haben wir Meteorologen weltweit die Art und Weise, wie wir Wetter messen, vereinheitlicht. Genormt. Um Normung geht es auch beim DKE Innovation Campus und um noch viel mehr. Es wird spannend, denn gemeinsam diskutieren wir innovative Wege in die All Electric Society. Am 28. Juni im Kap Europa in Frankfurt am Main. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie.